In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Volumen und die Oberfläche eines Quadrats berechnen könnt. Die Aufgabe, die ich für euch vorbereitet habe, nennt sich a gleich 5 cm, b gleich 7 cm und c gleich 9 cm. Die Formel für die Oberfläche des Quadrates zur Berechnung habe ich auch vorbereitet. Und zwar nennt die sich o gleich 2 mal in Klammern a mal b plus b mal c plus a mal c. Ja, zum Volumen kommen wir noch später. Und dann fangen wir jetzt mal an. Also, wir schreiben o gleich 2 mal und jetzt müssen wir a durch 5 cm setzen. b, also in Buchstaben b durch 7 cm plus wieder 7 cm, da wieder b steht, dann mal und jetzt müssen wir c durch 9 cm ersetzen. Und dann wieder plus a durch 5 cm und c durch 9 cm. So, okay. Jetzt wieder o gleich 2 mal Klammer auf. So, wir müssen jetzt erstmal Punktvollstrichrechnung berechnen. Also, Punktvollstrichrechnung nennt sich die Regel. Und darum müssen wir erst 5 cm mal 7 cm rechnen, 7 cm mal 9 cm, 5 cm mal 9 cm und dann die ganzen Ergebnisse addieren. Zusammen addieren und mal 2 nehmen dann am Ende. Okay, jetzt machen wir jetzt mal 5 cm mal 7 cm, wären dann 35 cm², plus 7 cm mal 9 cm sind 63 cm² und 5 cm mal 9 cm sind 45 cm². So, jetzt wieder o gleich 2 mal und jetzt müssen wir das Ganze addieren. Okay. Und das Ergebnis ist 143 cm². So, okay. Und dann wieder o gleich und jetzt müssen wir 2 mal 143 cm³, äh, cm³ meine ich, ausrechnen. Und das wären dann 286 cm². Okay. Ne, das war schon richtig mit Quadratzentimeter. So, okay. Okay. Das ist das Ergebnis. So, jetzt kommen wir zum Volumen. Also, V gleich A mal B mal C. Das Ganze müssen wir jetzt ausrechnen. Also, A durch 5 cm ersetzen, B durch 7 cm und C durch 9 cm. So. Okay. Jetzt wieder V gleich. Und jetzt müssen wir das Ganze berechnen. Und zwar nennt sich das Ergebnis dafür 315 cm³. Und das war's zu diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Und dann, tschau.